das wochenende naht und ich kann mir vorstellen dass der ein oder andere dax aktivist heilfroh ist dass diese woche dann doch noch halbwegs überstanden ist nachdem es gestern wir blicken mal hier oben rechts auf den tageschart beim dax ja deutlich nach unten gegangen ist wir hatten schon angedeutet eine realistische chance dass wir dieses niveau ich gehe noch mal ein bisschen raus erinnert ihr euch vielleicht wird man dax gesagt wackelig runter vielleicht durchaus aufwärts korrektiv nachdem es gestern so stark runter gegangen ist haben wir schon vermutet eigentlich müssten wir bis hierhin etwa gehen ihr seht ich habe hier mal so ein bisschen mitgezeichnet so halbwegs würde man sagen ja das passt und wenn ich das jetzt mal daneben schiebe dann seht ihr das ist doch genau das wovon wir häufig reden diese seitwärts korrekturen korrektiv runter korrektiv hoch und hinten noch mal ein impuls ein fünfwelliger ohne überschneidung nach unten also wir legen es noch mal drüber hier würde man sagen ja gefakte theorie so sieht das in echt nie aus so halbwegs sieht das doch passend aus also ihr seht das lässt sich im chart immer mal wieder erkennen ich sag bewusst immer mal wieder aber es ist halt ein klassiker dass dieses tief sich so halbwegs hier an orientiert das gibt es manchmal dass er weniger stark fällt es ist auch häufig dass es mehr wird aber das ist immer so ein bisschen best guess das war also insofern gar nicht so absurd dass wir davon ausgegangen sind irgendwo dass wir hier landen dass es jetzt so punktgenau ist das kann ich natürlich auch nicht vorhersagen also bitte jetzt nicht sagen mensch du hast ja so recht gehabt naja nehmen wir es mal so wie es ist jetzt muss ich nur die linie dahin zeichnen wo ich sie haben will jetzt dreht er hier völlig am rad ich wollte einfach nur die tiefmarke hier haben da haben wir sie das ist jetzt wirklich millimeter genau das natürlich zufall das muss nicht sein aber damit hätten wir eigentlich das was wir angedeutet haben hier als bewegung abgeschlossen und wir haben eine realistische chance lassen müssen wir so im raum stehen dass diese korrektur ausgehen von hier bis hin hier seitwärts korrektur durch diese struktur dass sie abgeschlossen ist und der markt jetzt in welche richtung geht naja wenn die korrektur fertig ist müsste der eigentliche trend ja wieder sein der eigentliche trend war sehr stark nach oben das heißt die hoffnung dass es nach dem wochenende heute wird da nicht mehr so arg viel passieren wir sind so auf fünf uhr zulaufend aber dass es nach am wochenende weiter nach oben geht die chance dafür ist relativ gut das zeichnet sich auch ein wenig ab mit dem was wir hier sehen im tageschart beim dax der hört bald auf und das ist eine umkehr kerze so ähnlich wie die hier ob die rote grün ist da werde ich häufig gefragt das ist eigentlich sogar egal wichtig ist nur dass die form so ist kleiner körper oben in dem fall haben wir fast nuller körper und langer tail auf der unterseite das würde eigentlich durchaus einen anstieg rechtfertigen hier vorne war die korrektur einfach zu klein jetzt haben wir eine vollwertige korrektur wie wir im kleineren bild auch im vier stunden chart sehen wir das ja so halbwegs ähnlich dass die abgeschlossen ist und anschließend die aufwärts richtung wieder läuft chance also dass das was wir aktuell sehen jetzt dazu führt dass da jetzt immer fertig wir haben ein umkehrsignal möglicherweise für alle freunde die am montagmorgen das index update am nachmittag das ist dann vielleicht schon zu spät aber wenn wir hier ein trigger über der tages kerze hier bekommen wenn das so ein umkehrsignal bleibt und es spricht vieles dafür dass heute abend nicht mehr so arg viel passiert dann wären das long trigger hier auf der aufwärtsseite mit stop auf der unterseite also für all diejenigen die dieses bild im blick haben es wäre nicht so abwegig mit besten grüßen für einen weiteren anstieg hier nach oben schub hoch hier vorne pause schub hoch hier wieder eine pause und dann entsprechend die weitere bewegung da kann man jetzt noch ein bisschen drüber streiten zugegeben weil hier ist eine seitwärts korrektur wäre nicht auch denkbar dass das eine erste welle ist eine zweite welle ist erste der dritten zweite der dritten dritte der dritten vierte der dritten fünfte der dritten aber ihr seht schon naja letztlich was war jetzt der unterschied also ich habe hier so ein bisschen laissez-faire bin ich in der auslesung wellen mäßig müsste man da noch ein bisschen feiner tun aber da bin ich jetzt dann doch wieder händler und sagt mir naja wir müssen es auch nicht übertreiben wir können es erst mal als händler hinnehmen dass beide szenarien realistische chancen haben dass der kurs weiter nach oben geht also gute voraussetzung für die bullische seite die abwärts seite hat eine realistische chance nach oben zu gehen vorsichtig das pinnöckchen was wir hier haben ist noch kein ewiger bullenbeweis kein beweis dass der markt jetzt nur noch aufs kaufen aus ist aber es ist ein hinweis dass diese bewegung zu ende ist und wir dürfen ja nicht vergessen wenn ihr jetzt diesen diese handelsüberlegung wirklich handelbar ist dann ist das hier quasi die risikogröße die linie machen wir mal weg das ist quasi die spanne die wir im risiko sind in der hoffnung dass es wirklich nach oben geht mit chancen mindestens auf neue allzeithochs oder eben sogar noch mehr und dann seht ihr habt ihr ein vielfaches mehr auf der gewinnseite als sie auf der verlustseite habt also bitte nehmt das nicht als ha das ist der beweis es kann nur steigen das ist leider nicht so wenn es triggert also wenn er diese marke nach oben durchstößt ist die chance allerdings dass wir dann auch noch mal das rausnehmen so hoch dass ich sage das kann man durchaus vollziehen das ist aber eine geschichte die wird erst über nacht passieren also das wäre etwas was ihr dann am montagmorgen vielleicht auf eigene faust euch mal anschauen könnt ob das etwas für euch ist eine idee ist es allemal wert für die intraday freunde unter euch die kleineren bild gerne unterwegs sind vielleicht ebenfalls noch mal ein hinweis die bewegung die wir hier haben schub hoch wackelig runter jetzt haben wir hier vielleicht wieder irgendwie ein anstieg vielleicht noch mal wackelig runter irgendwas in der art wenn es anschließend eine pause hier gibt hättet ihr auch im intraday chart also zum beispiel fünf minuten 15 minuten die möglichkeit hier schon auf kleinerer ebene auch das muster in klein noch mal zu erleben was wir hier immer in großen wieder haben um dann entsprechend auf der long seite sich einfach da mal mit rein zu nehmen also zusammengefasst der dax pflichtprogramm der korrektur abgeschlossen man darf ihm keinen vorwurf machen so sehen korrekturen nun mal aus unsere kinder werden sagen was habt ihr erwartet genauso sieht sowas aus im nachhinein werden wir es dann auch akzeptieren jetzt wird man vielleicht sagen ganz schlimm die besten chancen für die aufwärtsbewegung sind da deshalb achtet auf zum beispiel solche signale zum beispiel auf die pattern die ich hier eben eingezeichnet habe das sind alles indizien die für eine fortsetzung nach oben noch mal sprechen aber ist das ganze auch gedeckt durch den amerikanischen markt denn wir wollen ja ungern dass da gegen den wind gearbeitet wird um es höflich auszudrücken ja da sieht es ein bisschen anders aus wir haben an der höchsten stelle hier in diesem markt haben wir ein umkehrsignal das ist genau das gegenteil von dem was wir gerade gesprochen haben okay wir müssen also damit rechnen dass wir jetzt vielleicht hier nachwärtsbewegung reinkommen naja gut wie sieht es in vier stunden chart aus blöd da haben wir auch so ein umkehrsignal höchste stelle theoretisch sind das klassische chart anzeiger für die short seite wir handeln alleine diese chart anzeichen nicht wir verbinden das immer gerne mit elliot verhalten das heißt wenn es an einer stelle ist bei der ich einen dreh erwarte das ist hier nicht so ganz so klar gegeben wir sind zwar in der nähe der allzeit hochs ich hätte das noch lieber wenn das höher wäre dann würde ich das vielleicht noch ein bisschen eher auffassen da müsste man dann gegebenenfalls noch mal auf den index gucken nicht auf den kontrakt jetzt hier aber die chance dass wir jetzt so langsam aber sicher mal diese korrektur machen die ja auch durchaus verdient wäre nach diesem letzten anstieg ist einigermaßen groß hier würde ich also vorläufig die bullische seite nicht so besonders ernst nehmen auf dem vier stunden chart hier unten oder auf dem tages chart sieht es zumindest nach einer pause aus das sind keine anzeichen für ab jetzt ewiger bärenmarkt das kann man nicht ausschließen aber die anzeichen dafür sind nicht im moment gegeben dass der markt massiv und langfristig runter geht aber das kann durchaus sein dass wir von 40.000 wo wir aktuell notieren ihr seht das da gerade wackelt über der 40.000er marke wir dürfen dann auch nicht stinkig sein wenn er dann mal um 600 punkte runter geht richtung 300 400 irgendwie was darf auch ein bisschen mehr sein aber irgendwas in der richtung ja damit müssen wir rechnen allemal nach dem deutlichen anstieg und immerhin haben wir erst der anzeichen für die wende also shorts sind erlaubt nicht zwingend und auch nur vielleicht begrenzt vom ausmaß aber vorläufig erlaubt man muss aber umgekehrt dazu sagen ich habe extra noch mal raus gesucht dass ich auch wirklich sehe okay höchster punkt hier von dieser hochmarke die wir hier haben ist der kurs runter gekommen aber eine super tolle dynamik haben wir hier ehrlich gesagt auch nicht warum nicht ging doch steil runter ja aber wir haben dann doch immer wieder überschneidung hier hat man eine gegenbewegung da war eine gegenbewegung hier auch irgendwie ist doch viel mit überschneidung allerdings muss ich sagen zur not würde ich hier tatsächlich aktuell eher das bullische bild entschuldigung das bärische bild mögen im sinne von von dieser hochmarke 1 2 1 2 3 4 5 4 5 ja hier mit einer überschneidung das darf sein stichwort leading diagonal ist nicht ganz so selten nicht ganz so häufig aber kann sein dann haben wir hier im prinzip die pause und wir sind möglicherweise jetzt schon sofort oder bald auf der abwärtsseite man könnte sich mal überlegen ob nicht das tief vom 17 mai 15 30 in etwa ein short trigger ist bleibt er oberhalb würde ich vorläufig nicht auf die short seite gehen wenn er da durchgeht der verdacht dass man da noch mal ein bisschen auf der short seite ein wenig mehr kriegt ist durchaus gegeben also das was es vorne gab hinten noch mal dafür wäre für mich das hier ein möglicher short trigger dass man sagt guck mal da war der kurs noch mal bis auf 39 973 das sind future kurse hier also wer selber im chart sucht 15 25 ungefähr dass der kurs dort vielleicht ein trigger ausübt für die short seite finde ich nachvollziehbar würde ja in das übergeordnete bild tagesebene umkehr kerze vier stunden kerze vier stunden ebene umkehr kerze dass der kurs hier vielleicht sogar noch deutlich weitere short seiten hier eben mitmachen finde ich durchaus nachvollziehbar also ihr seht da ist ein bisschen potenzial auf der abwärtsseite auch im kurzfristigen chart gegeben gar nicht so abwegig dass da irgendwie was passiert von der seite wie passt das zusammen kann es denn sein dass der kurs ganz anders läuft na klar kann das sein bester beweis ist wie sind die letzten tage hier gelaufen und wie sind die letzten tage beim dax gelaufen dann sehen wir ja das ist nicht 100 prozent das gleiche und wenn wir uns den s&p angucken dann sehen wir auch der ist in der vergangenheit nicht immer exakt gelaufen wie der dax gelaufen ist ein bisschen ähnlich schon aber in detail fragen gibt es durchaus abweichungen auch hier gehen wir im fünf minuten chart sehen wir dass wir doch relativ stark abwärts sind hier vorne ist vielleicht irgendeine form der korrektur gefällt mir vom trigger nicht ganz so gut trigger ist immer das wo würde man denn dann reingehen wir wollen ja nicht nur analysieren irgendwie abwärts sondern als händler müssen wir auch naja wo konkret gehe ich denn jetzt short muss ich sagen bin ich hier ein bisschen unsicher denn ich mag das ungern wenn ich diesen tiefsten punkt dieser korrektur das ist für mich kein so gutes einstiegssignal da würde ich dann eher gucken ob ich dann auf den kleineren ebenen sowas bekomme aber ihr seht steil hoch steil runter ich glaube die sind noch gerade in der findung das ist so für uns der punkt wo wir sagt da gehen wir mal ganz leise aus dem raum raus die sollen sich mal kloppen und wenn die sich irgendwie organisiert haben dann machen wir wieder mit ja also insofern ja ich halte die abwärtsseite für durchaus gangbar aber so ganz sauber ist das ganze bild nicht und das deckt sich durchaus denn das hier ist keine umkehr kerze ja das ungeübte auge wird sagen wieso haben wir auch pinnöckchen oben unten körper ja aber für eine echte umkehr kerze sollte der pinnöckchen gerne doppelt so lang sein und das sehen wir hier der ist ja gerade mal gleich lang das passt also nicht und auch hier sieht das bild längst nicht so auf umkehr aus trotz alledem kleinere rücksetzer wie wir es hier haben wie da die stören das bild ja auch nicht also insofern der s&p spricht noch nicht so sehr dafür dass es jetzt hier deutlich runter geht allerdings die chance dass es noch ein bisschen runter geht ist durchaus gegeben für mich ist das aktuell hier keine geschichte beim dax habe ich eine konkrete idee wissend dass wir ausgestoppt werden können realistisch wissend aber auch dass es viel weniger kostet als wenn es die richtige richtung also die erwartete richtung dann einschlägt also clou liegt am chance risiko verhältnis dort jones im kleinen eher abwärts und s&p unsicher muss ich sagen es gefällt mir nicht so sehr ich habe den eindruck die wissen nicht wo sie ein ei hinlegen sollen naja wenn die sich noch nicht entschieden haben dann gucke ich mir das nach einer stunde oder nach ein paar stunden noch mal an und sagt vielleicht kann ich dann da was raus sehen nasdaq folgerichtig genauso wie der s&p wir sehen dass wir da immer noch so halbwegs rumeiern so richtig druck nach unten sehe ich nicht wenn würde ich auch in allen fällen wenn ich hier von abwärts rede rede ich nicht von katastrophen trades sondern rede ich von pausen im schlimmsten fall pausen in dieser größe vielleicht sogar auch nur pausen in dieser größe aber eben pausen im moment sehe ich noch nicht genau welche dieser pausen es sein soll und ihr könnt dann schon erahnen was ich dann mache wenn ich keine ahnung habe mache ich im zweifelsfall nix ich kann mir vorstellen der ein oder andere sagt ja rüdiger da machst du also gar nichts nie never naja gar keine ahnung hat man ja nicht immer manchmal sieht man es ja relativ deutlich wie wir immer wieder an den einzelnen situationen das gesehen haben aber es gehört als händler mit dazu dass wenn man sagt du ich erkenne das ja nicht was die hier genau wollen dass man dann eben auch so dann lasse ich mein geld mehr in portemonnaie und macht nichts damit meine erwartungshaltung ist vorzüglich allerdings bei denen auch eher short ich kann das hier im fünf minuten chart noch mal kurz andeuten denn das was wir hier haben ist drei wellig hoch drei wellig runter als seitwärts korrektur ein bisschen tricky hier und anschließend noch mal so hoch verdacht a also die a welle b welle und die c welle damit wäre dass die korrektur das ist die wenn auch nicht überlappungs freie erste abwärts bewegung dass wir das noch mal bekommen aber einstiegsmäßig finde ich da nicht so attraktiv dass ich das im moment unbedingt handeln möchte also ihr seht auch hier ja wenn ihr mich jetzt fragt wovon gehst du eher aus ich würde mich nicht wundern wenn er hier irgendwie hingeht also irgendwie das da hinten noch mal das würde mich ehrlich gesagt nicht wundern fände ich jetzt auch nicht giftig das schicke ist dann sind wir vielleicht am nach dem wochenende mit dem dax wieder tapfer mit dabei dass wir dann die aufwärts richtung dann entsprechend kriegen wann er dann sagt so dann haben wir das abc fertig dann machen wir also die nächste aufwärtsbewegung dann haben wir hier eine korrektur da eine korrektur immer noch weiter also abwärtsdruck kann ich nicht wirklich erkennen in keinem der märkte beim dao haben wir wenigstens das angebot für eine abwärtsseite es kann also sein dass der dao hier doch noch mal diese kurve fliegt ob das jetzt schon der fall ist oder ob er nicht sagt mensch würde ich dann mal wieder so ein blindfisch wie wir es hier haben das ist natürlich durchaus möglich also so richtig druck für groß nach unten sehe ich zumindest beim s&p und nasdaq aktuell noch nicht dementsprechend vermute ich auch dass die ausgedehnteren bilder hier jetzt nicht wirklich passieren wenn die anderen eher wieder auf die long seite gehen dann werden auch die leute beim dow jones sagen kommt dann drehen wir da irgendwie wieder auf die long seite vielleicht ganz gut dass wir ein bisschen pause haben ich habe übrigens montag gesagt jetzt montag ist natürlich feiertag dementsprechend die welt da doch noch mal ein bisschen anders amerika ist natürlich kein feiertag und dementsprechend geht es da weiter der dax hat allerdings am montag auch nicht zu insofern ist da zumindest ein bisschen bewegung zu erwarten es ist aber denkbar dass der markt das ein bisschen auf einer po backe aussitzt weil natürlich viele institutionelle markt teilnehmer einfach sagen naja aber da bin ich ja im urlaub oder habe ich einen freien tag das heißt der bewegungen die da sind sind dann ein bisschen erratischer als man sich das idealerweise vorstellt also ein wenig mit vorsicht zu genießen wir werden es uns trotzdem angucken ihr werdet auch am montag von mir ein feedback bekommen also für all diejenigen die von börse nicht genug bekommen kriegt ihr am montag auch ein update dazu mit den informationen die wir bis dahin haben vielleicht haben sich die markt teilnehmer bis dahin jetzt schon ein bisschen sortiert und wir können eher einschätzen welche dieser beiden bilder jetzt hier mehr zum tragen kommt in diesem sinne wünsche ich euch mit oder ohne feiertag erstmal ein schönes wochenende wir sehen uns am montag wieder bis dahin euch alles gute viel erfolg bei euren umsetzung und ganz liebe grüße